Guten Morgen! Hi Lanzak haben wir schon wieder eine geile Nacht hinter uns. Ja, auf jeden Fall heute steht ein cooler Tag an. Wir haben es uns vorgenommen, heute endlich einen neuen Trailer für YouTube zu drehen. Ja, mal schauen, ob das was wird. Dennis ist auch mittlerweile da. Wir legen jetzt auch gleich los und ich hoffe, dass das alles was wird heute. Ja, hier ist ein bisschen ruhiger, weil wir ja filmen. Ich wollte euch auf jeden Fall noch informieren, dass wir heute, ja, heute ist Weltkindertag, bei Samion einen Code haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Es gibt 15% auf alles. Ich füge euch hier auch gerne mal den Link ein. Ihr müsst nur noch oben swippen. Der Code ist KINDER15 und ja, ich hoffe ihr freut euch darüber. Was Samion noch nicht kennt, zeige ich euch mal ein bisschen was. Ihr findet dort nämlich qualitativ hochwertige Pflege für Babys und Kleinkinder. Hier zum Beispiel die Protective Baby Body Lotion. Ihr findet Pflege, wenn ihr schwanger seid, für euren Babybauch, um Dehnungsstreifen vorzubeugen, aber auch für die Zeit danach. After Baby Body Cream, um alles wieder in Form zu bringen. Nippelbalm, jede Mama weiß, sowas ist Gold wert. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei im Shop. Ihr findet dort auch zum Beispiel auch unsere Pregnancy Tattoos, die euch in der Schwangerschaft begleiten können, mit ganz, ganz tollen Motiven für den Bauch. Ja, ich verlinke euch alles. So, wir sind fertig. Wir haben alles im Kasten und ich muss euch sagen, es ist echt gut geworden. Also natürlich muss jetzt der Trailer gecutt werden und das Video gecutt werden. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass wir es bis Dienstag schaffen werden. Ihr habt es bis zum Beispiel vom Kastenung. Ja, ich gehe mal schwer davon aus. Wir sind alle, diejenigen, die wir haben noch versucht. Ich facebook.